wow wow nicht mal nicht mal ich wusste wo ich als allerletzter gestorben bin ich mal ich kann da irgendwie gewinnen und guten tag wir spielen heute fall jungs oder eigentlich herbst herbst jungs und ich rechne damit bei einigen spielen sehr gut gelaunt zu sein hierbei trinke ich ein wenig bier ich bin komplett neu im game aber eigentlich schon wie man an meiner person sieht jetzt glaube ich zwei games habe ich gespielt und ich springe über das erste und ich bringe über das zweite und ich habe hier gerade einen run boys ich habe einen run so ich verlasse mich nicht auf das tor da ich wie gesagt ich habe den gerade schon gespielt deswegen bin ich ein absoluter profi in diesem game so sehr profi dass ich fast nicht hinkriege ich bin erster oh mein gott das erste was ich erster bin nein wow lecker und und lieb für 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 personen und meine art von und spielern hier okay 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 bin bad boy oh yeah oh yeah no 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 so schwer kann das noch nicht sein ich noch mal bekomme ich noch mal punkte welcher rückwärts durch ich habe nicht darauf geachtet ja 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 da will ich nicht stehen okay 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 irgendwie macht mich das gerade ein bisschen motion sick das game aber ist schon okay ihr haltet das aus war das ein move pro 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 gamer move hier nicht gut im überleben sonst bin ich schon mächteneben dreimal gestorben x hoch dreimal und x ist 1 1 3 3 glaube ich genau so machen wir das richtig und so machen wir das noch mal richtig aber ist egal denn ich mache hier alles richtig wie ihr seht ich habe das alles richtig gemacht ich werde hier der allerbeste sein keiner von mir war ganz allein schnappe ich sie mir ich kenne die gefahr da kommen sie alle langsam an ja die nicht profis die nicht profis im mädchen ist so schlecht im game das immer wieder gegen gewand springst diesmal bin ich profi weiß wie das alles geht und renne da durch wie ein irrer auch weil ich von ganz hinten starte das ist gar kein problem ich werde da als erster gleich sowas von wieder rauskommen mit den haben wir da mitnehmen sollen da gucken wir hier ich renne hier durch wie ein meister wenn ich bin überhaupt nicht gegen das tor guckt hier ist da hier guckt 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 bämm easy komplett easy guckt euch das an ich renne hier nirgendwo gegen ich werde überhaupt nicht zurückgebauen zu irgendeinem scheiße irgendwas gar nichts aber ich bin mir perfekt durch das tor durch und mir noch mal einen speedbus zu holen hier es ist so damn easy dieses game ich sag's euch hier wie ich krass erster bin hier so überhaupt nicht aber egal wie ich hier das voll kriege und ja und hier überhaupt nicht nein gar nicht dreimal gegen bei uns oder nein 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 das ist nur illusion dass ich auch noch mal gegen bei uns sondern dass ich nicht mehr erster bin das vollkommene illusion guck mal wie die hier wie ich sie alle zurück lasse hier easy ich habe einen richtigen run hier nein 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 komm 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 nein nein nö jetzt bin ich wieder nicht nein boah ne drehbalken überleben das klingt nicht cool egal musik halt mich ab ein bisschen cyberpunk vibes bin dabei bin dabei ich werde sowas von direkt rausfliegen aber egal wahrscheinlich soll es zweiter oder dritter ausscheiden dann einfach in die richtung na ist hier irgendjemand am trollen wieso rennt ihr in die richtung wieso rennt ihr in die richtung wieso rennt ihr in die richtung macht euch doch nicht so viel arbeit leute wirklich dann doch einfach damit mit hier so viel einfacher ich glaube die merken das auch gerade aber man merkt auch so viele leute hier in blau mit diesen standard dingern wie ich sie hier habe äh oh oh woher wird ja immer schneller offensichtlich aber ja so viele neue linge hier weil free to play jetzt geworden ist das game jetzt finden sie es einfacher so um zu rennen oder was jetzt verändert sich auch das ratio hier oh mein gott alles klar ich glaube mittlerweile kann ich auch fast schon stehen bleiben statt da so weiter zu rennen da kann man rauf gehen ist so eine art treppe natürlich einfacher als hier auszuweichen offensichtlich ah ok ok das ist ne miese falle ist so echt ne miese falle ganz ehrlich das ist hier nach zeit oder was wir sind nur noch zu zweit oh ich wäre gerade fast runter gefallen das ist gar nicht nach qualifizieren so an sich sondern das ist echt nach zeit ok jetzt bin ich am arsch wie soll ich denn wie hätte ich das es hat keiner überlebt und ich war der letzte der es noch überlebt hat waren wir jetzt alle weg oder was wow wow nicht mal nicht mal ich wo ich als allerletzter gestorben bin nicht mal ich kann da irgendwie gewinnen damit dass ich nur als letzter gestorben bin und nicht das ist schon heftig aber wer das video schon so weit gesehen hat auf jeden fall vielen dank und schreibt mal in die kommentare wie viele kekse ich in dem video versteckt habe kommt einfach mal rein und der erste der die richtige anzahl kriegt kriegt dessen kommentar wird angepinnt also schreibt dann irgendwas cooles dahinter was ihr angepinnt haben wollt was steht den sinn da von mich ok auf jeden fall ist der sinn von dem ding hier einfach rauszufallen was warum ist da sowas nicht cool aber genau hier stehen meine taktik genau hier stehen sie beiden ah ne ich lass mich nicht ein bisschen verschieben hier ich möchte genau hier stehen bleiben wie gesagt genau ich stehe hier ich stehe hier jetzt schicken wir an der gleichen stelle stehen ich merke das schon das hat gemerkt dass ich den spot rausgefunden habe ok oh gott das ist nicht mehr der spot was war der spot jetzt ist er wieder ich stehe wieder hier oh ich dachte gerade der kommt voll in meine fresse so schlecht ist es gar nicht jetzt muss noch einer rausfliegen oh ok 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 also ich einen spot zu zoomen von dem aus immer nach links und rechts auszuweichen ist gar nicht mal so schlecht wenn man dieses ding da hat in der mitte das da gucken ob mein gegner auch so ein noob ist wie ich ja ist auch so ein noob wie ich oder das sicherlich auch noch nicht gespielt haben oh ein bisschen hochspielen damit kann man nicht rechnen oder hier überband oh nein als ob hä oh ich hab oh gott ich kann nicht 3D gucken ich bin behindert ich kann nicht kommentiere ich nicht weiter ok so überbande hier und den kriegt er nicht hoffentlich ah nice 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 ah es ist vorbei oh der hat probiert ach gott ist das für ein scheiß spiel wirklich der komplett behindert macht ja mal gar keinen spaß mit so einer mit so einer physics engine so ein game so zu gestalten ist ja unglaublich oh das ist so jetzt ist das ist so jetzt ist es 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 so jetzt oh mein gott ich hasse diese map jetzt schon der croco der croco der erwartet weil er behindert ist und ich auf die andere seite geht weil da super viele leute rüber gehen ja so eine profis wie ich die wissen wie man das spiel spielt dann guck dir den lauch da an ja renne noch weiter nach unten lauch voll rausgeflogen man voll rausgeflogenen lauch aber ich will hier oben lang ich glaube jetzt am kurzen und ich falle echt runter es ist so breit ich falle einfach echt runter oh war ich gerade letzter was nein ich bin rausgeflogen ich war vor dem typen da wie gesagt wie vorher schon erwähnt zählt die cookies die ich in diesem video versteckt habe die sind jeweils immer nur so kurze zeit zu sehen paar sekunden höchstens manche auch nur weniger und ich wünsche euch noch eine schöne woche und ein video dazu warum ich so wenig in letzter zeit mache und so kommt auf jeden fall noch wird aber noch dauern kann ich euch sagen wird noch dauern eine erklärung und alles bin ich euch schuldig irgendwie aber es das wird noch dauern ist tut mir leid dementsprechend ja euch eine schöne woche und wir sehen uns beim nächsten mal bis zum nächsten mal